Hallo und herzlich willkommen zu Prehistoric Hunt. Ein Spiel, was ich schon lange mal ausprobieren wollte. Hier kann man nämlich Dinosaurier jagen. Das ist quasi wie The Hunter, nur mit Dinos. Und ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe gerade gestartet. Wir sind hier irgendwo in so einem Hafen. Und müssen jetzt erstmal die erste Mission machen. The First Steps. Wir sollen zu einem Lagerhaus gehen. Oder einer Lagerhalle. Sehen wir, glaube ich, da oben mit dem Ausrufezeichen. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant hier alles aus. Ich glaube, ich würde Dinosaurier easy übersehen bei den ganzen Bäumen und Dschungel. Bisschen Angst habe ich, aber es geht noch. Es geht noch, wollte ich gerade sagen. Aber jetzt habe ich auch noch einen Schrei gehört. Ah, hier kommen wir in das Menü. Oh, wir haben auf jeden Fall einen Rifle Scope. Das können wir hier mal hier raufpacken. Das ist ganz gut. Bisschen Munition haben wir noch dabei. Müssen wir aber sparsam mit sein. Also so viel ist es jetzt nicht. Wir haben auch noch eine Pistole, so wie es aussieht. Das heißt, wenn wir uns mal zu nahe kommen, können wir auch so schießen. Ich habe aber jetzt echt ein bisschen Angst. Da vorne höre ich halt irgendeinen Dino. Ich weiß nicht, was es ist. Wir machen auch Geräusche und sind auch sichtbar. Das sieht man unten rechts. Das Auge zeigt, wie sichtbar wir sind. Und dieses Mikrofonsymbol zeigt, wie laut wir sind. Das wird immer lauter. Ich glaube, ich schleiche mal ein bisschen. Kann man sich eigentlich hinlegen irgendwie? Ne, aber Autolaufen kann man. Sehr praktisch. Ich glaube, da ist so ein Käfig. Vielleicht ist da was drin. Ne, das sieht nach einem Gewächshaus oder so aus. Ich gehe mal in den Dschungel so ein bisschen rein. Da ist ein Brachio oder sowas. Meint ihr, die Geräusche kommen von dem? Das kann natürlich sein. Dann bin ich ja beruhigt. Aber wir gehen jetzt erstmal hier vorne zu diesem Räuschen. Jetzt kommen die von hinten, die Sounds. Das gefällt mir gar nicht. Ah, okay. Hier können wir dann Sachen lagern. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel was reinpacken. Und dann könnten wir das da lagern. Rechte. Ähm. Hier war gerade ein Rags-Geräusch. Habt ihr das gehört? Und auch Steps. Sorry, Leute. Ich kann gerade hier das Warehouse nicht erkunden, wenn der Rags hier läuft. Oh Gott. Okay, jetzt gucken wir nochmal eben, was es hier gab. Ah, okay. Hier gibt es Verträge. Also irgendwelche Aufgaben, die man erfüllen kann. Und hier kann man auch Waffen kaufen. Oh mein Gott, das sind Rags. Als ob wir hier direkt mit einem Rags konfrontiert werden. Das kann ich ja niemals mit meiner Waffe schaffen, denke ich. Treffen die jetzt aufeinander? Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Vielleicht kämpfen die jetzt. Ich glaube, der Brachio flüchtet. Okay, das Spiel ist irgendwie echt gruselig, weil hier überall die Sounds herkommen. Aber wenigstens da wissen wir jetzt, dass es ein Rags ist und dass der gerade weg geht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt können wir auch nochmal hier schnell gucken. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Fast Travel. Das heißt, wenn wir solche Stationen finden, können wir dann auch auf der Karte hin und her reisen. Ganz schnell. Ich schaue jetzt aber nochmal kurz die Waffen an. Das interessiert mich nämlich. Ah, guck mal. Wir brauchen auf jeden Fall Geld. Eine 50-Kaliber-Rifle. Die brauchen wir bestimmt. Ist das so panzerbrechende Munition oder nicht? 50-Kaliber? Die brauchen wir dann bestimmt, um Rags oder so zu erlegen. Gibt es aber auch zum Beispiel Bogen. Oh, der kostet nur 300. Da könnten wir drauf sparen. Shotguns, Pistols. Betäubungsgewehre gibt es auch. Ah, und hier gibt es auch noch eine bessere Rifle. Eine Hunting-Rifle. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade die. Ich glaube, das Symbol heißt das. Habt ihr das gesehen? Ey, es werden die ganze Zeit beobachtet hier. Das ist so gruselig. Ich sneh mich jetzt an. Wer legen den jetzt? Warum er uns da gerade beobachtet hat? Ähm. Gefällt mir gar nicht, dass der Dinosaurier-Highground hat. Das Spiel geht auf jeden Fall sehr krass los. Bin jetzt schon voll angespannt. Das ist ein Anki. Meint ihr, der ist böse? Okay, wenigstens ein Pflanzenfresser. Ich bitte ihn jetzt aber echt versuchen, gerne zu erlegen. Versuchen mal so aufs Herz zu schießen. Ich hoffe, das ist wie bei anderen Tieren auch so zwischen den Vorderbeinen ungefähr. Ne, nicht flüchten. Okay, jetzt haben wir hier sogar Spuren, die wir verfolgen könnten. Fußabdruck. Follow Track. Oh, hier ist auch ein Blutfleck. Er ist verletzt. Und da liegt er. Oh, wir haben gar nicht so schlecht geschossen. Oh, wie riesig der ist. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell klappt. Okay, die Organe sind ein bisschen höher, glaube ich. Ich weiß halt jetzt nicht, welches Organ welches, wo ist. Das hier ist, glaube ich, der Magen. Ist das hier Herz? Oder Lunge? Wahrscheinlich eher Lunge. Das Herz ist irgendwo dann dazwischen. Ah, da sehen wir es auch. Lunge getroffen. Lunge und Herz. Oh, direkt perfekt geschossen. Intuition hier. Eine Gold-Trophäe. Ah, für den Herzschuss gibt es einen Bonus. Gewichtsbonus gibt es noch. Wie weit man weg ist. Oh, nicht schlecht. 7.000 Kilo. Mittelgroß. Also, ich bin sehr stolz darauf, muss ich sagen. Was machen wir denn jetzt hier? Das ist... Taxi der Mais ist wahrscheinlich ausstopfen, ne? Trophyshot? Was heißt das? Wahrscheinlich, dass wir es als Trophäe bekommen. Und wenn wir es claimen, kriegen wir bestimmt nur Geld und verkaufen den. Ich weiß halt nicht, wo steht, wie viel Geld wir kriegen. Aber ich würde sagen, unseren ersten Anki, den nehmen wir mal als Trophäe. Ach nee, jetzt können wir ein Foto machen. Oha. Okay, das ist ja cool. Wir sind leider mit dem Rücken gerade dahin gedreht, aber jetzt haben wir es wenigstens mal rausgefunden. Screenshot taken. Okay, sehr gut. Ich stopfe den, glaube ich, aus. Ja, hat uns jetzt 50 gekostet, aber macht gar nichts. Das ist unser erster Kino. Deswegen passt das. Da kommt jetzt ein Helikopter geflogen. Okay, jetzt fährt da so eine das Helgen drunter. Tschüss, Anki. Wir sehen uns dann in der Trophäenhalle. Da fliegt er davon. Aber wir machen natürlich weiter. Das soll es noch nicht gewesen sein. Jetzt bin ich auch mutiger, glaube ich, nachdem das erste so gut geklappt hat hier. Weil mit einem Racks will ich mich nicht anlegen. Ich hätte gerne ein Fernglas. Ich weiß halt nicht, ob ich sowas besitze. Ich glaube aber noch nicht. Wir können eigentlich nur mal schnell zurückgehen und gucken, ob wir ein Fernglas kaufen können. Ah, hier gibt es ein Fernglas für 800. Das hätte ich natürlich gerne. Weiß gar nicht, wofür das hier ist. Ah, da kriegt man dann mehr Sprint-Derminar. Das heißt, da müssen wir auch drauf achten. Also Ausdauer. Und dieses Denglish hier. Es gibt auch Caller übrigens. Also für Dinosaurier. Ah, und man kann seinen Lagerplatz größer machen. Visiere gibt es natürlich auch. Und ich habe hiervon gesehen, hier kann man Aufträge annehmen. Hier. Wollen wir das mal machen? Das Museum braucht einen Comsognathus. Wäre doch cool. Oder halt einen Terranodon. Das würde ich noch cooler finden, glaube ich. Nehmen wir den mal an. Habe ich das jetzt Geld gekostet? Ich nehme einfach mal beide an, wenn das geht. Ne, okay. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einen Terranodon jagen. Ich habe keine Ahnung, wo man die findet. Aber ist doch schon mal cool, dass wir jetzt einen Auftrag haben. Sieht man auch oben rechts. Na, guck mal da ist wieder der Brachio. Da links ist noch ein Anki. Ich glaube, der ist tot, oder? Das Bein wackelt nur so ganz komisch. Nicht, dass hier noch ein Baubsauger in der Nähe ist. Wir schleichen uns mal ran. Beziehungsweise wir sprinten hin, umschleichen. Gerade fühle ich mich mächtig. Ja, der hat seine besten Tage hinter sich. Der Arme. Ja, Tyrannosaurus Rex hat einen Nacken gebissen. Der ist aber kleiner als den, den wir hatten. Können wir aber auch nicht claimen, weil er halt vom Raxia legt wurde. Na, gut zu wissen, dass die Saurier hier auch jagen. Finde ich interessant. Kann man das auch mal beobachten, bestimmt. Also, ich hätte ja Terranodons in so einem Gebiet vermutet, muss ich sagen. Bei Felsen und Klippen. Ich glaube, da werde ich mich auch gleich mal hinbewegen. So ein Brachiosaurus kann ich halt niemals erlegen mit meiner Waffe. Ich würde gern schießen, aber ich habe halt auch nicht unendlich Muni und das ist halt alles sehr teuer. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Sleep. Mit Zeit können wir nicht auswählen, aber es ist jetzt wieder morgens, denke ich mal. Und dann sprinten wir direkt los zu den Felsen. Ich hoffe wirklich, dass wir einen Terranodon finden können. Das hat sich nach Terranodon angehört. Da gehe ich mal in die Richtung. Da fliegt auch einer. Boah, das ist ja richtig gut mit den Sounds, dass man das mitbekommt. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen in der Luft, den zu treffen. Aber ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr. Da ist er. Oh nein, der fliegt weg. Jetzt ist er definitiv zu weit weg, aber dann würde ich sagen, gehen wir hinterher. Meint ihr eigentlich, die sind aggressiv, wenn wir denen zu nahe kommen? Ich würde es ja gerne mal testen. Ich hoffe es wirklich nicht. Die Sterben kostet bestimmt ordentlich Geld. Oh. Okay, die sind akku. Die müssen rennen. Oh Gott. Oh mein Gott. Der ist ja doch nicht akku. Darf ich dich fittern? Das ist ja gerade wie in Jurassic Park so ein bisschen. Toll, jetzt weiß ich immer noch nicht, ob die Agro sind oder nicht. Ich erschieße den jetzt aber nicht. Wir sind Freunde. Wann ich einen perfekten Herzschuss hier machen könnte? Oder Kopfschuss? Aber machen wir natürlich jetzt nicht. Wir gehen weiter. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der mich nicht gejagt hat und einfach nur fressen wollte, deswegen hinter mir hergerannt ist. Die ist auf der Brachio. Oh, was ist das denn hier? Eine Baustelle. Und hier liegt auch was. Priton 5. Okay, der dritte, äh, 43. Bautag. Ich weiß jetzt nicht, wofür das ist, aber ich werde es mir jetzt nicht durchlesen. Ihr könnt gerne pausieren, wenn ihr es lesen wollt. Scheint auch zu irgendeiner Mission zu gehören. Aber einsammeln kann ich glaube ich auch nicht. Nee. Vielleicht kann man da ja irgendwie ein Geheimnis oder so finden, wenn man die Dinge aufs Folgt. Aber ist für mich jetzt gerade eher weniger interessant. Was war das? Ein Fleischfresser, okay. Weiß nicht, was es ist. Vielleicht ein Karkaradontosaurus oder so? Ich kann ja die Schreie noch nicht so gut zuordnen. Ich meine, wenn der näher kommt, könnten wir es versuchen. Wir sind hier oben ja ganz gut geschützt. Ich sehe den leider gerade nicht mehr. Oh, der kann sich doch nicht wegbewegt haben. Das hätte ich gehört. Der muss halt noch irgendwo da unten in den Bäumen sein. Keine Ahnung. Oh Gott. Jetzt habe ich getroffen. Ich weiß halt nicht, ob man vorzielen muss oder nicht. Keine Ahnung, ob ich ihn treffe. Ah, da habe ich ihn noch mal getroffen. Und noch mal. Das wird ja wohl reichen. Schieß mal nicht mehr weiter. Als ob der nicht down geht. Noch mal getroffen. Du fliegst jetzt nicht davon. Ne, 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 Freundchen. Äh, äh. Als ob der davon fliegt. Oh Leute, hier ist die Karte. Und hier steht, Terranodon wurden hier gesehen in der Area. Heißt das, dass das jetzt mal ein Abschuss ist? Oh, der ist gerade kleiner geworden, der Kreis. Der muss gestorben sein, so auf wie ich geschossen habe und getroffen habe. Jetzt kann der nicht überlebt haben. Da bin ich mir sicher. Okay. Irgendwie bewegt sich die Area. Die wird gar nicht kleiner. Ich glaube, irgendwie mittlerweile nicht mehr, dass ich den gekillt habe. Aber die Nacht macht es halt auch gerade nicht besser. Da. Ah, hier ist ein Schmetterling. Oh Gott. Ich fühle mich gerade echt nicht wohl bei Nacht. Aber hier soll es irgendwo Terranodons geben. Aber die bewegen sich halt die ganze Zeit. Ich glaube, ich musste einfach viel ruhiger schießen und länger zielen. Ich hatte halt nur Angst, dass der wieder wegfliegt. Irgendwie war ich viel zu unruhig. Ey, aber keine Ahnung. Der bewegt sich halt mega schnell. Das Gebiet ist, glaube ich, nicht so schlecht. Aber jetzt bei Nacht will ich das ungern machen. Wir haben zum Glück eine Taschenlampe dabei. Ah, das hilft zumindest ein bisschen. Aber ich glaube, unsere Mission ist gerade vom Terranodon jagen zum Überleben gewechselt. Oh Gott. Ich würde gerne raus aus diesem Wald. Versuch mal hier oben an die Klippen irgendwie zu kommen oder so. Oh, da oben wird irgendein Fragezeichen angezeigt. 160 Meter. Vielleicht haben wir da eine Hütte. Das wäre natürlich super, wenn wir hier noch was freischalten. Oh Gott. Das ist ein Pachy. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob der angegriffene Hatter, aber er ist mir echt zu nahe gekommen. Deswegen habe ich geschossen. in den Kopf getroffen ist natürlich nicht gut bei der Panzerplatte, wobei es war eher das Gesicht. Und dann in den Schwanz zweimal. Ja, und damit habe ich dann die Organe kaputt gemacht. Der ist noch silber, männlich. Okay, den claimen wir mal. Wir gucken jetzt mal, wie viel Geld wir kriegen. Wir haben jetzt oben rechts 80. Jetzt haben wir... Ach, wir müssen noch warten, ne? Das wird jetzt auch gerade hell. Das können wir nicht machen. Ey, komm bitte. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Ich sag doch vom Jäger zum Jagen. Wo ist er hin? Oh, diese... Alter. Oh nein, ausweichen. Ach, komm. Junge, Junge, Junge. Okay, das war sehr gruselig. Aber ich glaube, Terranodon ist echt kein Ziel für den Anfang so. Ich glaube, das ist schon nicht so einfach gegen den. Boah, ist aber ein cooles Spiel. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuschauen genauso viel Freude wie ich beim Spielen. Falls ja, würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Und falls das Ganze gut bei euch ankommt, dann würde ich das auch noch mal weiterspielen im Videoformat. Ich finde es richtig cool. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandie. Ich wünsche euch noch ein bisschen. Euer Dandie.